Jo Leute und herzlich willkommen zum 18. Türchen des CSGO Adventskalenders 2018 es gibt schon die zehn jahres allerdings ist auch schon released die werde ich mir am ersten ersten holen also willkommen zum 18. Türchen und heute gehen auch wieder drei preise raus an euch der erste wäre einmal ein klatsch key dann der zweite preis wäre eine galila chatterbox in world run und zu guter letzt geht dann auch noch eine m41s decimeter in minimal raus also minimal sind sogar zwei sticker drauf die gewinner von gestern setzen wir heute wieder aus und die gewinner von heute setzen dafür morgen aus warum ist ganz einfach aber ich möchte dass jeder gewinner einmal den tag aussetzt damit auch die anderen leute unter euch dann die chance haben zu gewinnen so der erste preis war ja der klatsch key und der geht heute raus an den dark side e freu mich auf das video am 24 sind oder 7 halb fünften live aber heute hast du erstmal den klatsch key gewonnen glückwunsch mal an dich der zweite preis war ja die galilaia chatterbox in world run und die geht heute raus an den tuamato tuamoto tuamoto ok war etwas kompliziert aber ich habe es gerafft habe den ganzen tag immer gespannt oh da ist jemand halb freut mich und du bekommst jetzt mal die galilaia chatterbox die hier glückwunsch der dritte preis und auch der letzte ist ja die m41s decimeter in minimal legt heute raus an sponsboss bbm hallo hallo sponsboss glückwunsch mal die m4 gehört dir alle gewinner werden wie immer unter den kommentaren des gestrigen videos kontaktiert dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer trade well und dann bekommt ihr euren preis in den nächsten 24 stunden und dann all die boys was heute zum ersten mal einschalten sich fragen was ihnen hier noch an preis heraus oder wie kann man hier teilnehmen es ist ganz einfach ihr müsst ein abonnenten des kanals sein ihr müsst dieses video hier positiv bewerten und dann müsste noch ein kommentar unter diesem video schreiben wenn ihr die drei sache erfüllt seit dem morgen haben wir die erziehung mit dabei und an skins was hier noch so rausgehen ich habe hier von der fahrer small cage bis zum bowen knife night jungen geht noch alles raus außer jetzt ein klatsch key der chatterbox und der dezimeter weil die habe ich jetzt vorhin vergeben und zum bowen knife das ist ja dann der hauptpreis für den 24 dezember und um das ding zu gewinnen müsst ihr unter dem türchen nummero 10 kommentieren ich verlinke solche video beschreibung warum gerade unter diesem also dieser teil ist mit den meisten kommentaren und da haben auch die meisten leute sagt meine chance und den meisten abonnenten wir das live zu gewinnen und falls ein video bisschen mehr kommentare bekommt wird es dann das andere video werden deswegen sage ich voraussichtlich wird es dann von dem türchen nummer zehn gezogen wenn noch jemand fragen hat zum adventskalender schreibt sie mir einfach in die kommentare ich beantworte sehr gerne und dann war es dann auch schon wieder mit dem video für heute ich wünsche euch noch viel glück für die morgige erziehung dann sage ich euch noch tschau und bis morgen euer alex ja ja